Moin, hallo und herzlich willkommen, Max wieder hier und wir sind wieder auf Streets sozusagen. Wir müssen hier noch unsere Daily, äh Quatsch, Weekly fertig machen. Oh, Alberspett. 39 Skeps brauchen wir noch. Habe ich ihn? Nein, kein Thoraxschuss, ich habe ihn so umgelegt. Ja, ich habe ihn so umgelegt. Damaged House ist sehr schön. Das ist praktisch schwer wie vorhin im ersten Raid sozusagen. Dieses Mal nehme ich aber schon was zu trinken mit. Mal gucken, was da drin steht. So, Granate bitte noch. Geht doch. Ah, Lochfraß. Hier ist es. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, die FPS sind wie normal nicht die besten. Das war's für heute. Ach, Alter. Wo ist die Fischfresse jetzt hin? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss hier 35 Meter Abstand hinkriegen. Sonst bringt mir das gar nichts. Er sieht mich natürlich. War ja das. Na dann, hol dir deinen Headshot. Was? Noch einer? Komm. Oh, er lässt sich wieder battlen. Einen haben wir erst. Junge. Muss ich wieder zurückrennen. Ja. Ja, mit dem kommt... War das jetzt Thorax? Ist alles nicht so einfach. Lass sehen. Lass sehen. Meine Erfolge. Zwei. Also insgesamt drei. Also wir sind ja mit elf eingestiegen hier. Drei. Drei. Ne, das ist auch nicht viel. So, jetzt ist noch ein Sniper nachgewachsen. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Nein! Nein! Der hat direkt in den Schädel gekriegt. Oh, er musste sich auch gerade hinsetzen. Okay. Hier. Jetzt ist es noch ganz schön. nein bist du verrückt das war ein PMC das war eine jämolische Kreatur Mann ich dachte erst von weitem oh PMC das war eine jämolische Kreatur nein das war eine jämolische Kreatur 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 direkte Mannstoppwirkung das war eine jämolische Kreatur das war eine jämolische Kreatur Ach, es sind gerade hier so blöde Papage. Nein! Ich habe ihn jetzt direkt umgelegt. Lass sie hin. Oh ja, aber erst vier, das ist nicht gut. 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 Hier war noch einer. Da habe ich ihn gar nicht gehört. Alter, da steht ein Bus davor. Boah. Du blöder Hund. Was ist da weggerannt? Was haben wir denn jetzt hier? Hätte ich gedacht, das war ein Sniper. Ja, es ist ein Sniper. Oh ja, ich komme ja schon. Wo ist der Hund? Ne, er war doch kein Sniper oder was? Was ist das? 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 Das könnten durchaus 35 Männer gewesen sein. Lass mal sehen. Lass mal sehen. Lass mal sehen. Komm. Ja. 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 Dann. Ja. 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 Mann, es ist schon wieder nervig. Das ist schon wieder nervig. Beheh, beheh, beheh. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, KM. Das war's für heute. Äh, 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 äh. Das ist mal quatsch. Ja. Sieben. Warte, bitte gucken hier oben hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Keiner da, wir haben noch 21 Minuten. Der war ja dumm. Aber ich auch, das waren sowieso keine 35 Meter, den hätte ich eigentlich mit einem Kopfschuss töten können. Wir müssen. Wir sind aus Munition rausgeraucht. Ach ja, dann tritt den Rest auch noch. Wir sind aus Munition rausgeraucht. Lassen wir den mal durch. Der hat gestern geschossen. Ach man, alter, stört doch. Der hat gestern geschossen. Der hat gestern geschossen. Blick. Jep. So, noch 2, da habe ich wenigstens noch 10 pro Rate sollten schon drin sein. Schuss. Schuss. ein Einer war doch hier noch. Nein! Nein! Hä? What the fuck, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Oh, nein! Thorax, ja. Ach ne, ich guck jetzt nicht. Ey, das waren schon wieder einige. Und wir haben bloß vielleicht neun. Stormack 44 Meter. Thorax 36. Das passt, das passt, das passt. 3... 4... 5... Wegen 20 Zentimetern. Och, ne. 5... 6... 7... 8... 9... 10... 9... 10... 10, also müsste ich jetzt 21. 11. 10. 11. 11. 12. 12. 14. 15. 15. 15.